Almiere Yuzuru Yuzuru David Super gemacht Glücklich sehr dabei Das ist ein Kumpfschirm, das kannst du schlafen haben zu gehen, das kannst du auch machen. Guck mal, das ist ein Kumpfschirm. Ey, ey! Sieht doch hier! Meine Frau, ey, weil drei Kinder sind meistens bei beiden Kappen. Ey! Ey, hier hinten! Voll, ja! Ja, Jungs, wir haben gewonnen! Ey, so wär das heimzunieren, der kotzt das. 2 Tage frei! 1, Arsch! Ey, aus dem Kreishof! Ey, das ist Simbo! Und, und? Ja! Wunderbar, Männer. Wir kommen zur Sieger-Euro. Wir brauchen die besten Siegermannschaften. Es ist die erste Auftrag, wir haben eine Urkunde und eine tolle Ruhe dabei. Vereinigte mit unserem Ebenen mit Schatzmeister. Er steht hier vertreten. Das wir von hier gespielt, unter der Vorzeit stehen, haben Sie hier auch eine gute Einzeichen gesetzt. Und wir sind froh, dass Sie den Kampf verletzt und ein tolles von hier gespielt haben. Auf dem dritten Platz, der zweitbeste Torschüsse des Fages wurde im besten Spieler gewählt. Und das ist, denke ich, schon eine besondere Geschichte, wenn man das letzte Jahr mit seinen Ereignissen sieht. Toll, dass wir heute mit dir sind, großartig aufrufen konnten. Anja Maritzal! Das ist der Karina Tuskowicz! 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 Das ist das Zielerfoto zum 16.2024. Wir bleiben uns bei allen Teams, bei allen Helfer, in der Regime-Gangstelle, der selbeste, der von hier. Und bei allen, die hier waren, wir würden doch gerne auf dem Bier bei, wir würden doch morgen wiederkommen zu den von Jünger-Kampen. Wir wünschen alle Mannschaften Gesundheit, Erfolg, Spaß, und in dem Grunde, dass wir unsere Ziele erreicht. Das war es jetzt in dem Jahr 2024. Auf ein neues, wir haben es ein tolles, tolles Tag. Danke, das war die nächste Gegensatz. Das war es jetzt in dem Jahr 2020. Wir sind die Champions, wir sind die Champions. Wir sind die Champions, wir sind die Champions. Wir sind die Champions, wir sind die Champions, wir sind die Champions.